Es ist Donnerstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiterhin niedrig. Gefahrenstelle, Kreisverkehr in der Briloer Landstraße. Und Museumstag, Ausstellungseröffnung im Freihaus. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut liegt mit Stand vom Donnerstag bei 365,1. Im Vergleich zum Vortag gab es 48 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 263 Neuinfektionen. Der Kreisverkehr in der Briloer Landstraße hat sich in den letzten Jahren zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt. Und fast alle Unfälle geschehen zwischen einfahrenden Kraftfahrzeugen in den Kreisverkehr und Radfahrern. Überwiegend geschahen die Unfälle aus dem Kreisverkehrsarm der Briloer Landstraße statt einwärts. Bei einem durchgeführten Sicherheitsaudit konnten keine verkehrstechnischen Mängel festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde als letzte mögliche Maßnahme zur Reduzierung der Unfälle mit Radfahrern die Markierung des Gefahrenzeichens Achtung Radverkehr auf der Fahrbahnstadt einwärts vor dem Kreisverkehr angeordnet. Diese Markierung wurde durch eine Fachfirma aufgebracht. Durch die Markierung soll der Fahrzeugverkehr zusätzlich sensibilisiert werden, auf den Radverkehr noch mehr zu achten. In diesem Zusammenhang möchte die Straßenverkehrsbehörde aber auch an alle Radfahrer appellieren, hier besondere Vorsicht walten zu lassen und bei Erkennen einer gefährlichen Situation nicht auf das Vorfahrtsrecht zu bestehen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern, das Radfahren ging schwer, Treppesteige, Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonard Rose. An diesem Sonntag lädt das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel mit einem vielfältigen Programm wieder zum Internationalen Museumstag ein. Sowohl im Freihaus in der Ritterstraße 96 als auch im Gotischen Haus in der Ritterstraße 86 wird es Programm geben. Im Freihaus können Kinder zwischen 13 und 17 Uhr den Museumskoffer erforschen und ihre eigene Ausstellung gestalten. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch die Ausstellung Enttäuschung, Hoffnung, Sehnsucht. Um 16 Uhr eine Führung durch die Ausstellung Neu in der Sammlung Schenkungen von 2020 bis 2022. Um 15 Uhr wird im Freihaus die Kabinettausstellung Mal mich mit Arbeiten der Künstlerin Ute Ringel aus Kirchmöser eröffnet. Im Anschluss sind alle Besucherinnen in das Gotische Haus eingeladen. Dort ist in dem zweiten umfangreicheren Teil der Ausstellung um 15.30 Uhr eine Performance der Künstlerin zu sehen. Im Anschluss gibt es Musik und wie immer wird das Museum an diesem Tag vom Freundeskreis Stadtmuseum e.V. unterstützt, der die Besucherinnen mit Getränken versorgt. Der Eintritt in beide Häuser ist an diesem Tag wie üblich frei. Und damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. Die gesamte Woche über hatten wir mindestens 20 Grad und so bleibt das auch übers Wochenende. Hier ist der SKB-Drei-Tagestrend. Am Freitag erwarten uns Temperaturen zwischen 9 und 20 Grad. Dazu kommt ein leicht bewölkter Himmel. Am Samstag und Sonntag erreichen die Maximalwerte 23 bzw. 24 Grad. Auch hier überwiegt die Sonne am Himmel. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss, machen Sie es gut.